hallo und herzlich willkommen zurück hier bei bioshock es geht hier gleich weiter so ja der liebe ryan hat die nette dame hier getötet die sich hier um die bäume gekümmert hat und so und ja jetzt liegt es an uns das serum zur rettung der bäume hier herzustellen den lazarus vektor wer so lazarus kennt das war ja immer so art hier ja wie soll ich es beschreiben ich weiß es selber nicht so genau also ich weiß es was ist aber ich kann es nicht so wenig beschreiben lazarus ist sozusagen eigentlich jemand der sterbigkeit gesucht hat so würde ich jetzt mal ungefähr umschreiben ob das jetzt allerdings so richtig ist weiß ich jetzt auch nicht aber ja es ist einfach die rettung sozusagen der bäume ja um die wieder zu leben eine wiederbelebung der toten so ist es eigentlich nicht richtig ok sei wieder ein paar visionen gehabt hier so schaut zum markt es ist ein neues sektor dann kurbel man ordentlich so farmers market benutzt die event station um spezialmotoren und neue toniker herzustellen toniker was toniker haben wir da bis jetzt noch kein herstellen können so jetzt muss ich mal kurz häuspern aber ich habe ja meine taste dafür da kriegt ja natürlich nichts mit dann so eine leiche entzündung wir müssen sieben stück simmeln eine haben wir schon das ist honig oder in entzündung aufheben und julie meine liebe ich versuche hier ein geschäft zu führen wenn du unbedingt was von meinen bienen willst dann muss ich dir das vergnügen ab jetzt in rechnung stellen falls ich noch einmal rauskomme und ich hier bei meinen bienenstöcken erwische hole ich meine schrotflinte und was deine frage angeht ja meine tage auf der imkerschule sind lange her aber ich erinnere mich durchaus an die sache mit dem entzündung von dem du an dauernd quatscht so ja haben wir was über dieses bienenzym hier gehört ja schon die royal oder sowas aber keine ahnung eigentlich aber nee das war das bienenstücke hier einfach ja so farmers market ja da gibt es bestimmt dann auch dieses insekten ding hier dieses wo man dann so insekten schwärmen auf die leute jetzt gern ich habe ja doch jemand gehört was ist das hier the big game cancels you to fire was des dingers and the sea rules go ahead to head sag mal was müsste hier so viel von mir gibt doch ja was das sind bienen oder was aber mit dem komischen gesicht so da kommen wir da verschwiesen alter da kommen wir schmissige musik wollte ich gerade sagen hat er ein problem oder was ich mache ja mein munter bilder allöchen keine ahnung ist der houdini tag ist leiser ok die habe ich ja schon ja aber seht ihr wenn man mich anpackt da kriegt mir gleich eine getachte nach ich habe mich schon wieder zu viel dollar verdammt was ist denn hier was heißt es ja karte ja so da wird mir gleich mal die gesicht hier vernebelt telekinese braucht ich keine warte mal kamera ich wollte doch wieder auf das teil hier und irgendwo ist hier eine kamera was ist da oben jetzt doch ein faden oder ja und hier hinten das ding macht ja nun da so einmal foto bitte ach das ist ja schon fertig ok hacken jetzt noch mal da kontaktmine warum liegen hier immer kontaktbörse in der kontaktbörse ja da ist ja zu viele jede kann ich nicht mal verdreckt noch für den spiel granaten nicht nehmen wir die falschen waffen so das ist jeden der markt ja ja wobei ich kann ja ruhig alarm auslösen ha 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 jetzt mal hier mal fotos neuer foto ja toll ich habe gedacht kamera vielleicht noch erforderungslevel automatisch erfolgt jetzt noch ein neues level ich sehe die mich auch gar nicht oder aua bin ich da rötter fälscher die salami runter und jetzt sehe nichts mehr jetzt rauche ich so den portfälern hat mich wieder recht freundlich au 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 moment äh bam komm mal auf meine seite so du hier auch oh kaputt moment hier habe mein foto ok hast schon mit 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 ganz schnell wasser weg so verbandskasten ich lasse dir den ersten schuss so die muss ich noch hier die little sister so neues level ok macht das noch mal unter euch aus ich gehe mal weg hier ich hätte ja mal safe das ist ja schwierig im auto hacken sagt so bis auf das jahr stickstoff kann ich nehmen okay so wie der kreisen schon die mücken rum da mal egal das ist mal salami in riesen große da hast du dann zu kauen so ja ist ja schön fipp dich aus ich lese mal kurz das ding hier mitgezogen der großen kette des strebens und erschaffens wir alle legen hand an sie ich halte sie fest ich halte sie fest wir alle ziehen daran und werden schon hier gezogen aber war es nur meine hand an der kette die sie erschaffen hat ich müsste doch jetzt mal langsam sicherheitspotz mal fertig haben wir na komm noch ein stückle ja jetzt aber oder erhöht ja ok hoppala so das sicherheitssystem kämpft jetzt gegen sich selber lass mich in ruhe so doch fast da so ja dann gibt es auch noch ein level hier bei den kameras so dann kann ich eigentlich gar nicht hier ja 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 da drin ist dabei ja 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 du hast mich in Ruhe der verdammten drohnen ja da war doch was soll denn das ja haben und moment nene ich stehe nicht auf ausziehen die wirkt auch sehr gut natürlich mein kleines aber der war böse zu mir noch mal ein foto von dir mehr geht nicht kommt noch mal ganz freundlich ja noch mal ganz freundlich ja komm doch kein drama ich hab was für dich da ist er gut doch kommt doch das leckere schokolade ja jetzt ja eine little sister gab es ja okay ja bitteschön bitteschön kann ich noch ein bild machen okay passt da tappt es auch schon weg was gibt denn hier ein verbindekasten her und der mülleimer und was haben wir hier eine salami und was ist das hier ionischer schrot kartoffelchips eine registierkasse also hier ist einiges durcheinander geraten ja ja ich kann mir nichts mehr holen ich habe schon genug so was ist das der kassette sagt er gibt viel zu viel material das ist wirklich schlimm Mr.Rosey da hättest du auch hinlaufen aber da ist er glaube ich ihn gelaufen kann ich vielleicht irgendwo geld ausgeben also es ist kaputt aber es ist leer ah da ist da ist automat die flink was steigern sie das eave mit jedem verbandskasten geben sie neue zwei benutzen okay warte mal medical sicherheitslieger was war das nochmal ja nee das brauche ich nicht ich habe so viel krampel so leiche durchsuchen batterie will einmal durchsuchen hey ach später granade toll ach hier kann man noch was hacken hier aus normalen bastelladen dann hier äh ankauf so was könnte denn ich heute basteln wo ich kann ah lad zu spektoren aha na da kann ich doch jetzt müssen sie mal aufpassen dass ich da was verschwende okay das kann ich nehmen nö das ist ne Panzer an Person so okay das muss ich also auch in so einem Automaten dann herstellen so äh das ist wieder sauschwer also hacken hier Sack Pepp-Wiegel essen so ein Film ach ich brauche einen Haufen Film hier äh äh die Spritze könnte ich mal nehmen ja das geht mir sonst aus mhm ja so passt es mal hier so ja ha 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 ja ne du brauchst nicht lachen hier ha da seht ihr und da hab ich jetzt schon einen Verbandskasten gefunden deswegen hab ich jetzt hier auch natürlich alles gleich gekauft hier was tut mir leid ja ich mach auch ja ach das ist auch schon abgeschlossen ist ehrlich ach so hört es mir danke ups ey ich bin so blöd ach verdammt so ist jetzt mal Ruhe da hier ich hab mein eigener Bot abgeschossen ich trottel ich wollte dich eigentlich hier runter aber was war das hier gerade eh uh noch mehr Kohle äh äh ich weiß gar nicht ich müsste dem Pfeil nach aber ja hopp ah das ist eine Verbandskiste ok Kassette versteckt im Gestrüpp äh du brennst übrigens lösch dich mal ach da ist auch noch ein Film drin ne hab ich übersehen so ach da war der Splicer von oben so so ich hab's für dich getan Vater dir zur Freude ja was ist jetzt eigentlich wenn ich jetzt da unten durch wäre jetzt bin ich hier oben ok das spielt wahrscheinlich keine Rolle hallo äh ähm du machst mich nicht an ich brauche ne Pause nur ne Krüche Pause ja dann holt dir ein Twix oder was warum hast du mich verlassen warum hast du mich verlassen warum Sünder welche Sünder ich sehe keine Sünder hm Kaffee was soll ich bin ich schöner als die schuldigung so Eurig ist die Kasse Schätzchen oh hör auf die Sing ist da jemand so hier ist der Kamera da müssen wir ja noch ein Bild was freischalten hier keine Fotos geschossen so wie nicht punkte ich lass es mal drauf ankommen komm ja ich will noch mal gucken du bist hier nicht erwünscht ja ich weiß ach die sind schon wirklich abgeschossen hier ja ich weiß ich schieße unter falschen Munition aber ist auch egal so pam oh ich sehe nichts mehr jetzt reicht es aber mal langsam ey jetzt reicht es aber mal langsam ey die Panzerbrecher die Munition sind hier einmal mit einem Schiff hunden ja wieviel Schroden haben die das kann ja nicht sein keine Ahnung der ist weg so hallo willst du dich mit mir unter nein will ich nicht Moment ähm ähm wie soll sich heute beruhigen die Kamera warum versteckst du dich da draußen im Dunkel weil ich es kann äh so vater vater unser ja weil das kann was was sind das für Typen ja die habe ich schon ja äh ich habe es schon mal gesagt Berührung der Figur nicht vom Boden. Versuchst du es mir besonders schwer zu machen? Ja. Immer doch. Gerne. So. Kaufsautomat. Hallo. Ihr seid nur Maulhelden. Was? Maulhelden? Was sind denn das? So. Okay. Ähm. So. Einmal Sack. Dann hacken wir uns das Ding mal zurecht. So. Und den Safe knacken wir mal hier. Ähm. Ja. Ankauf. So. Mal gucken. Ja, da sind wir dollers drin. Na ja, gut. Die Hälfte haben wir jetzt wieder ja abgekriegt. So. Äh. Panzerbrechen. Kiebt nicht mehr alles. Kassette, Batterie und so weiter. Nö. Das ist hässig aus. Haha. Hoppla. Die fliegen hier noch übern Haufen, die Drohnen. Die Head Splicer. Die sehen aber komisch aus jetzt hier. So. Tja, so kann es gehen, wenn ich die Sache hier in die Hand nehme. Äh, die Kisten hier sind verkokelt. Was ist das hier? Ah, das ist nochmal destilliertes Wasser. Die Spritze, äh, das könnt ihr behalten. So. Wasser in Wein. Wasser. Nach zehn Jahren auf diese Müllhalde habe ich mich an einen sehr niedrigen Lebenstandard gewöhnt. Aber selbst in einem so miesigen Aquarium braucht ein man gewisse Prinzipien. Dieser erbärmliche Trudecühl drüben in der Whirly Winery schüttet jetzt Wasser in seinen abscheulichen Wein. Wasser! Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet. Pierre, keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Es könnte schlimmer sein. Ich könnte einfach mehr Wasser nehmen. Na ja, destilliertes Wasser ist auch nicht gesund. Die Kinder mit ihren langen Nadeln, ihren stimmlosen Liedern, ihren entsetzlichen Pflichten, ihren schauderhaften Frankensteinartigen Vätern. Wir alle haben mitgezogen an der großen Kette des Strebens und der Schaffens. Wir alle legen Hand an sie. Ich halte sie fest. Fontaine hält sie fest. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja. Aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein. Ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen... Verbreitet ständig Gerüchte. Fontaine ist tot. Rapture lebt. Ja, das hatten wir schon den Text. Äh, hier soll ich lang. Äh, ich gebe erstmal hier zu diesem, was weiß ich was das war. Eine Kamera. Dann hacken wir mal diese Matchstation. Und so, pam. Und die Kamera können wir mal fotografieren. Oh, oh. So, unter Beschuss. Egal. Hallo. So, äh, Ankauf. So. Jetzt beruhigt dich mal da drüben. Ham. So. Und hacken für mich. So. Noch mehr hacken? Äh, nee, so ein paar Autohack. So. Hack jetzt nicht mehr von Hand. Und das kennen wir schon zu genüge. Äh, nee, so viel Wein. Ja. Ups. Äh, ich will doch was zu spielst. Komm. Ach man, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Naja. Ich habe den Plattenspieler kaputt gemacht. Aha. Pfei. Nee, nee. Pfei. Pfei. Hoppla. Weicht es etwa? Ah, verdammt. Wenn ich alle hier durcheinander reden, dann kriege ich hier Kopfschmerzen her. So. Psch. Pfei. Pfei. Die Kinder müssen vor allem lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Add-In-Produzenten zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie fügiger werden. Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst. Pfei. Es ist unwohl. Aber wenn sie diese Dinge im Bauch haben, es sind immer noch Kinder. Aber es gibt die ja auszureißen, also hier von daher Karamell Apple, Apple Strudel. Schreib es wenigstens auf Englisch, Apple Strudel. Pfei. 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 Pfei.